Bleib still! Ich hab gewonnen. Aber nur, oder? Nein, ich hab gewonnen. Jetzt sei ruhig. Aber nur, oder? Nein, ich hab gewonnen. Hör auf! Weil ich dich gelassen hab, deswegen... Nein! Ich krieg dich immer, wenn ich will. Also in unserer Anlage ist Sauberkeit eins der ersten Gebote. Deshalb kommen die Gäste zu uns. Wow! Nein! Happy Birthday to the most beautiful son of us! Ich will dir wie ein schönes Leben. Ich auch. Und du wohnst ganz alleine hier? Nein, mit meinem Sohn. David hat auch immerhin weißt du, wie lange bleibst du? Bruno! Bist du jetzt lesbisch unterwegs? Ach Bruno, es werden immer nur wir beide sein. Rauf! Ich schlaf auf der Couch und du bei ihm? Er hat doch nur mich. Toni, der Junge ist erwachsen. Ich mach die ganze Scheiße hier. Ich mach die ganzen Überstunden. Nichts halt die Mitte hier. Nicht Toni, nicht du! Das ist meine Wohnung! Und wenn die nicht mehr geht? Und wenn die nicht mehr geht? Er hat mich erkundigt. Und wie sie und ihre Mutter? Das ist deine Mutter. Du musst nicht auf deine Mutter aufpassen. Wir haben gewissen, du würdest noch so weitermachen, Toni. Wir sind glücklich. Oder Bruno? Sind wir da, oder? Du sprach in die Höhe. Wir sind glücklich.